Hallo, mein Name ist Eva Stuhr und ich bin die Gründerin von mentalstruktur.de. Auf diesem Kanal geht es darum, wie du mithilfe von digitalen Selbsthilfeprogrammen, das sind zum Beispiel Meditationen, Online-Kurse zur Entspannung oder Hypnosen, deine emotionalen und mentalen Probleme und Blockaden lösen kannst. Dazu bekommst du hier regelmäßig einfache Übungen und Tipps. Auf diesem Kanal findest du regelmäßig kurze Videos über den Umgang mit Achtsamkeit, aktuellen Themen und spannende neue Erkenntnisse aus der Welt der Psychologie. Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis und habe schon vielen Klienten dabei geholfen, zurück in ihre innere Lebensbalance zu finden. Und genau deswegen bist du hier an der richtigen Adresse. Es ist kein Zufall, dass du hier gelandet bist. Irgendetwas hat dich angezogen. In meinen Videos geht es vor allem darum, dir ein besseres Lebensgefühl zu vermitteln, indem ich dir Wege aufzeige, wie du deinen Stress am besten reduzieren kannst. Außerdem geht es darum, Ängste und Süchte abzubauen und frei davon zu leben. Wäre das nicht schön? Frei von Rauchsucht, frei von Shoppingsucht, frei von Lampenfieber und vieles mehr. Das wäre schön. Und drittens? Persönlichkeitsentwicklung mit allem, was dazugehört. Dazu gehört die Stärkung deiner Resilienz, das ist deine innere Widerstandskraft, und die Stärkung deines Selbstwertes. Wenn das die Themen sind, die auch für dich interessant sind, dann abonniere jetzt meinen Kanal, damit du keins dieser Themen mehr verpasst. Drücke auf den Abonnier-Button und du bist dabei!